hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge season und ja wir werden sind jetzt in liga 5 genau und leider habe ich schon ein paar wochen kein season mehr gespielt ihr wisst es ja die ganzen folgen kommen jetzt nachgeholt das heißt ich nehme jetzt drei folgen am stück auf natürlich wieder auch bin ich dabei die aufnahmesession am live stream auf deutsch.tv aufgrund dieser ganzen video ausfälle und so weiter und so fort die jetzt fast alle bereinigten eben bis auf seasons kommen jetzt heute an dem heutigen sonntag drei folgen und zwar einmal die die hätte gestern kommen sollen einmal die die vor einer woche kommen sollten vor zwei wochen kommen sollen die kommen jetzt alle nachgeliefert alle heute und dann kommt auch noch ps heute am sonntag also es wird für euch ist ein schöner so schöner sonntag wenn ihr euch wie viel interessiert und ganz zum abschluss des tages kommt natürlich noch hier extra was ich ja wenn ihr ich weiß nicht wann die folge jetzt rauskommt kommt wahrscheinlich relativ früh morgens raus so kann ich euch zum beispiel sagen dass ich so wahrscheinlich 17 uhr oder sowas ja so ungefähr 17 uhr aufnehmen wert das heißt wenn ihr da live dabei sein wollte bei der aufnahme die ist ziemlich auch wieder live auf twitch.tv abiger geben muss dann könnt ihr da einfach ja leistens 10 da könnt ihr da einfach reinschauen und dann nehme ich eben die drei folgen für die woche auf nämlich einmal die am sonntag ganz normale dann die für dienstag und freitag und da könnt ihr den auch fragen stellen fragen stellen oder auch was irgendwas zu sagen und da im gegensatz zu jetzt wenn ich viel was viel mir dachte ich gar nicht auf den chat und gern nicht auf den chat ein also wenn ich wieder streamen und gleichzeitig aufnehmen oder halt auch mein kopf gleichzeitig streamen und aufnehmen aber wenn ich wenn ich aber bei youtube über irgendwas geht der mensch da ich da das dann nicht um das spiel an sich geht sondern eigentlich um das was ich labere wenn ich auch auf sachen die vom chat kommen eingehen hat das war ein bisschen zora eingesetzt schade aber da habe ich auf jeden fall auf sachen vom chat eingehen ja hierbei gibt es dazu gar nichts zu sagen jetzt gerade recht überlegt was ich so meinte aber das war es eigentlich so an informationen und jetzt kann man es einfach ein bisschen auf spiel konzentrieren so perfekt das weiß ich jetzt gerade die aktion oder wurde mich faul oder hat er mich gefoltert eben aber hat im stil immer wieder nicht gejuckt das war richtig schlecht von mir gemacht das gibt es einfach gar nicht und wir spielen natürlich ging was wir sollten nicht unterschätzen sondern aufpassen und zwar verdammt aufpassen dass wenig welche tore kassieren total unnötig sind da wollte ich irgendwie durchspielen aber da war einfach zu eng da waren einfach zu wenige spieler von mir genauso wie jetzt hier gerade irgendwie fehlen mir gerade vorne und hinten die spieler das ist nicht optimal ich guck mal gerade habe ich ja genau die veranzeige bin ich perfekt ok passt nee aber das ist nicht perfekt da muss man irgendwie auf immer aufpassen nein nein also erstmal weg gehauen ganz gut was gucken ja doch passt ok ich sollte mich ein bisschen besser hinsetzen da seht ihr mich auch ich glaube die kamera ist viel zu weit oben muss man ganz kurz richtig professionell in der aufnahme korrigieren ja so sieht das ganze nämlich besser aus die kamera ziemlich viel zu hoch gewesen was weiß ich warum auch immer so sieht man wieder ein tick weil ich weiß schon hier abgeschnitten eben gerade jetzt passt das ganze besser aber da möchte ich auch mal abend zu den bildschirmen zum beispiel komplett umdrehen und sowas wenn ich irgendwelche sachen in meinem bett noch schaue ja kann da sowas passieren dass die kamera ein bisschen nach oben rutscht oder was soll man kann ja eh immer passieren und das habe ich auch die ganze zeit so aufgenommen das hat mich beim einkauf gar nicht so sehr gestört aber jetzt bei fifa hat mich ein bisschen gestört aber ist ja auch scheißegal ist auch irrelevante wir müssen jetzt versuchen dass wir hier nachdem wir es 1 0 gemacht haben uns nicht quasi hier ja beträngen lassen ich mache jetzt schnell mag auf sehr offensiv um weil ich eben ein anschluss tor gerne hätte weil dann dann sichere ich nämlich richtig meine leistung ab und es wird nicht noch mal ein risiko geben dahin wollte ich gar nicht spielen aber gut es wird auch nichts ich wollte eigentlich hochspieler auf koste aber na gut dann hat nicht dann halt nicht der gegner will hier aber auch entscheidend nicht irgendwie mal so sachen wegdrücken oder so warum auch totaler quatsch kommt schon ja er kriegt aber nicht hin und ich muss hier ganz übrigens um 0 28 grad auf jetzt werde ich eine stunde lang wie sagt dass sie aufnehmen und vielleicht noch eine folge ultimate team das war grad dumm 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 das war knapp und jetzt nein es wird wieder was für den gegner ja was ging noch wieder mit einem ball ab und der spiel der spieler fünfer kette so gefühlt ist echt nicht gut da hat er mir wieder im ball abgenommen weil ich einfach ein blind pass geschoben habe das war kein überhaupt nicht gut als der spieler sich nämlich einfach nicht hin bewegt aber was war denn das hier da habe ich ein bisschen umgeholzter oder hat glaubt nicht oder habe ich ihn da getroffen weiß ich nicht aber auf jeden fall war es wieder eine grenzliche situation die ein bisschen unnötig ist kommt schon neben dem ball angeleihen ihn zu kontrollieren komm schon wir genau in dem moment so ausweicht und mit dem ball abnimmt packet jetzt kann entweder konnte fahren weil sie auf sehr offensichtlich stellen bringt irgendwie doch nicht so richtig gut es war das war es kann so ein paar so ein ball war einfach nur riskant da habe ich mich mit r1 zum torwart zurückgepasst und das ist keine gute option komm hol den ball sehr gut ich mag es nämlich nicht wenn die der ball irgendwie es ausgeht dann 10.000 stunden ist dauer bis wieder ein abschluss funktioniert ist das denn hier ernst die verarschen das wieder gegenseitig ist echt super was war das denn das war jetzt auch wieder gar nichts muss meine pässe mal ein bisschen besser überlegen und nicht so dumm einfach drücken so dumm und ohne nachdenken genauso wie das jetzt gerade schon wieder ich kann es einfach nicht abstellen dieses dumme das war auch klar dass er dahin spielt aber der gegner ist wirklich eigentlich strunzdumm so kommt er mir nämlich vor und das ist für liga r5 eigentlich schon echt selten aber ja ich nutze nicht weil ich nutze es nicht richtig sagt er war nicht mal absetzt sehr gut die aus dem weg war nice das reingegangen durch den gegner abgefälscht worden und reingegangen sehr nice das spiel gefällt mir ganz ehrlich das spiel des mails für mich jetzt persönlich hier weil ich mich 2 0 jetzt führe kann sie auch wenn sie jetzt spielen er hat zwar immer wieder auch seine bestimmenden aktionen aber alles klar vorteil ich bin einfach komplett weg gefickt musste kann wie man meine sound einstellung anpassen und kassier dadurch fast ein tor ein gegentor schade die grätsch hat gesessen weiß was war was war denn das der dem hat leben doch geben den ball abgenommen hat ja mal zum er quasi aus dem strafraum raus geschossen oder wie auch immer das war ein bisschen abgehoben wie er den gespielt hat wollte ich aber auch gar nicht dass er ihn so spielt wie die hier immer mit durchlassen spielen und immer schön rausschießen das beste mittel das einfachste mittel vor allen dingen da ist auch schon halbzeit ich wollte es hat extra aufs radar geguckt und wollte schauen wo ich wieder frei steht da stand dann aber keiner frei und das ist immer bei mir ein bisschen risikoreich nicht mehr so lange zeit lassen mit dem ball natürlich weil könnte ja einfach jemand ja wenn die beiden wieder von den füßen klauen wie immer so man kann gucken ich habe ein zuschauer ist bevor es besser also wie gesagt eigentlich wollte ich nicht auf und egal scheiß drauf wie sagt ihr wisst ihr dass ich gerade das auch für youtube aufnehmen und auch gleichzeitig die aufnahme streamer afeldo wird eklisch wieder abschalten weil das ist ja fifa ne so come on nein das gibt wahrscheinlich also wie inkompetent ist der gegner bitteschön ist ja mal richtig inkompetent lauf doch du hast da weiter na komm komm na das war scheiße rausgespielt von mir und zwar richtig dreckig rausgespielt ok konnte er neues spieler hoch gibt er wenn ich den scheiß spieler eine stelle ist wieder so es gibt jetzt auf jeden fall ein gegentor jo das wird knapp nein jetzt kommt und jetzt kann ich reden bei so viel action da krieg ich echt schon wieder geht doch hin mann ist echt immer schwer zu reden bei fifa wenn man so zwei zentimeter der auf einem hängt quasi jetzt der schöne konnte eigentlich und konnte wieder schön vernichtet komm jetzt komm lauf 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 alles klar ich habe so eine hundertprozentige chance zum 3 0 und schießt vorbei jo wahrscheinlich oder muss nicht unbedingt sein leute muss nicht unbedingt sein aber stehen wir wieder dafür wie viel wenig ich in letzter zeit spiele man mann mann holt es halt auch irgendwie der die schusskraft vom spieler war natürlich schon auch wo ich den verarscht habe muss wieder konzentrierter spielen so wie am anfang des spiels kommt zum torwart bitte ja sehr gut das nenne ich mal risiko ich einfach hier nicht rauskomme es ist echt belastend lauf kopfball also irgendwie spielt hier auch gerade ein bisschen glück für mich rein muss ich echt sagen ja das war wieder inkompetenz aber ein bisschen glück spielte auf jeden fall mit rein gerade weil ich echt sachen teilweise ganz gut umgesetzt kriege die sonst teilweise halt eben nicht so gut hinkriegen würde jo wie der mich wegbumst es gibt einfach gar nichts ist das dem sein ernst der fickt mich voll von den beinen es gibt nichts ich hätte dafür eine rote und elf meter gegen mich kassiert was für eine scheiße wie lächerlich okay das war gerade der pass war auch gerade lächerlich von mir aber btf ist ja richtig lächerliche reaktion vom schiri komm passen wie viele leute da einfach bei denen stehen was geht da schon wieder ab ja er fällt sich natürlich wieder ab wie immer warum noch nicht lauf komm ich muss echt sagen heute in koop season die folge kommt aber erst irgendwie in 2-3 wochen deswegen möchte ich nichts zu sagen da habe ich so einen geilen schuss haben wir heute aufgenommen kam haben wir auch gleichzeitig live gestreamt aber die folge kommt halt eben erst so in 2-3 wochen alter so einen geilen schuss habe ich ja gemacht so ein geiles tor also so ein geiles tor im endeffekt so ein geiles schuss naja leider dauert es noch bis bis es kommt das video dazu aber gut und das war es gerade bitte verheiratet voll nein macht natürlich nicht weil es vorteil aber es war gerade auch nichts gepfiffen nein da ist auch jetzt glück dass er nichts gepfiffen hat weil ja ich habe ihn halt volle keine weggefegt eigentlich aber ich habe auch ein ball getroffen aber er ist auch direkt wieder aufgestanden der gegner ja mit ihm kann ich jetzt keine sprint du als eingehen das ist halt das problem und dabei geht wahrscheinlich in seiten aus shit kann auch so gerettet den ball lauf 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 und es ist abseits ah costa costa war ich ein guter ansatz es ist schon irgendwie geil ich bin ja auch sehr offensiv und da kann man echt immer viele konter und so weiter rausholen und das liebe ich halt einfach konnte rausholen und sehr offensiv spielen und fehlpässe machen anscheinend auch wirklich du musst jetzt kein tor für kein tor oh shit alles frei komm lauf mit und ein sweat goal nice easy 3-0 in der 1-8 es läuft gerade echt gut in liga 5 ist unser erstes spiel in liga 5 und es ist ein schönes cleanes 3-0 da wird wahrscheinlich das nächste spiel wieder richtig aids haltig aber gut das kennen wir ja immer wieder wenn wir ein so ein super spiel haben muss danach wieder scheiße kommen ansonsten wäre es glaube ich nicht der anspruch von fifa dass man mehrere mal hintereinander gewinnt und einfach nur happy ist das wäre zu das wäre zu schön um wahr zu sein danke für den ball und danke dafür immer schön reingrätschen ja komm mach es ist jetzt zehn stunden zeit dafür ne ja junge ich stecke die leute halt du kannst vergessen junge vergiss es ja das wird jetzt ein bisschen bremslich hier aber gut im ernst fifa im ernst was ist das ist manuel neuer der welt tor hüter und er lässt so einen billigen bein durch die ball durch die beine es ist doch echt lächerlich es ist richtig lächerlich ja komm krieg ich hinweg ich bin in seasons ich kann faulen jetzt weil derbe karten oder rote karten egal sind fick dich fick dich nice lauf leute und es ist kein abseits weil so in der eigenen hälfte war der spieler easy easy gesweatetes 4 1 wie schön das ist wie schön das ist ich bin besser als alle ich bin besser als alle alles klar erst mal abgehoben nicht überhaupt zum bildschirm guckt noch am zweiten pc was aufmachen und zwar mein obs mal wieder ein vordergrund holen und fast ein tor kassieren aber gut damit war es nämlich auch von dem spiel unserem ersten spiel in liga 5 haben wir gewonnen das sehen wir jetzt auch noch mal und dann würde ich sagen was ist mit der heutigen folge und nämlich nicht mit der heutigen folge sondern was ist mit dieser folge denn das ist ja eine nachgeholte folge die schon hätte vor zwei wochen kommen sollen und deswegen kommt die folge die letzte woche kommen sollte kommt noch heute und die folge die gestern von sollte kommt noch heute und ja ich hoffe bei den ganzen videos die heute noch im verlaufen des tages auch kommen wahrscheinlich mit einer stunde abstand denke ich mal wahrscheinlich eine stunde wieder ins nächste video kommen oder in zwei stunden weiß ich nicht wie es timer auf jeden fall vielleicht schon hier bei den videos rein und rein ist dann tschüss